Musik So, um 10.30 Uhr wird der Auflass erfolgen. Es kommen immer mehr blaue Stellen, wo die Tauben dann den Heimweg antreten können. Es lichtet sich. Um 10.30 Uhr geht es los. Temperatur 14,5 Grad hier vor Ort. So, der Auflass wird jetzt erfolgen. In einer Minute. Und ich gehe schon mal zum Auto hin. So, die Tauben hier ist. So, wie geht es denn? So, wie geht es denn? So, wie geht es denn? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tauben ziehen super ab. Ein großer Schwarm noch etwas breiter gezogen. orientieren sich und schon nicht mehr zu sehen sind nach hause noch ganz ganz eben sind schon weg ein schwarm ein gut fluch ein